Ich glaube, jeder Bonner kennt ihn und als Wahrzeichen unserer Stadt ist er auch im Rest der Bundesrepublik bekannt, der Posthauer. Seit nunmehr einigen Jahren steht er jetzt schon im Herzen von Gronau, wo sich früher übrigens Sportplätze befanden, in direkter Nachbarschaft zur Rheinaue und leuchtet jede Nacht unverkennbar komplett in Rot, Gelb oder Blau. Noch mehr Licht ins Dunkle über den Posthauer bringt jetzt Nikolai Kahl. Seit 2002 steht der ovale Riese aus Glas mit dem gelben Firmenlogo an seiner Spitze direkt am Rheinufer und ist aus dem ganzen Stadtgebiet zu sehen. Mit 41 Etagen und einer Höhe von 162 Metern ist er eines der modernsten Wahrzeichen der Stadt, der Posthauer. Mit Baukosten von 78 Millionen Euro ist es eine der teuersten Bauprojekte der Region gewesen. Um genauere Informationen über das Gebäude zu bekommen, traf ich mich mit der Pressesprecherin des Postkonzerns, Frau Anne Motz. Die erste Frage, die mich auf der Hinfahrt beschäftigte, war, wieso auf der Glasfassade ein riesiger Tannenbaum zu sehen ist. Wir haben den Tannenbaum jetzt nur in der Adventszeit, weil wir die Möglichkeit haben, über unsere Beleuchtung auch zu besonderen Anlässen, wie jetzt halt während der Weihnachtszeit, besondere Darstellungen abzubilden. Und deswegen haben wir im Moment einen Weihnachtsbaum, weil es natürlich ganz gut passt. Da das eben erwähnte Weihnachtsbaumotiv schon Möglichkeiten erkennen lässt, was letztlich mit dieser Lichttechnik machbar ist, stellt sich die Frage, was außerdem noch damit möglich ist. Also wir haben tatsächlich nur drei Farben, wie Sie sagen, rot, gelb und blau und können damit, weil wir rund 2000 Lichter haben, quasi alles abbilden, was wir möchten. Also beispielsweise während des Beethoven-Fests haben wir häufig den Kopf Beethovens drauf zu sehen und so gibt es auch viele andere Möglichkeiten, wo wir das dann dort auch abbilden. Dass der Posthauer als Konzernzentrum der Deutschen Post seinen Standort in Bonn gefunden hat, haben wir, wie Frau Annemortz-Weiß, vor allem einer Person zu verdanken. Ja, es haben sich tatsächlich, als der Posthauer gebaut worden ist, viele Städte darum beworben, zum Beispiel Köln oder auch, ich glaube es war Berlin und Frankfurt. Letztlich ist es Bonn geworden, weil sich die damalige Oberbürgermeisterin ziemlich dafür eingesetzt hat und weil natürlich Bonn auch als ehemalige Hauptstadt eine lange Tradition für die Post hat und wir hier ganz viele Möglichkeiten sehen, wie zum Beispiel die gute Lebensqualität in der Region oder aber auch die gute Anbindung zum Flughafen, die natürlich für uns Bonn zum echt guten Standort hier gemacht hat.